Entschuldigung meine Guten, es gibt wieder Deko für Umme. Und was das genau ist und wie ihr es bekommt, werden wir ihr natürlich gleich sofort auf der Stelle angucken. Und als erstes muss ich mich natürlich heute entschuldigen, ich komme, dass das Video so spät rauskommt. Ich war heute Morgen noch unterwegs gewesen, hatte noch Termine gehabt und habe gesehen, es kommt Dairy News gewesen und ja die Deko hier. Und ich musste leider dann auch zur Arbeit und konnte euch das weiter nicht zeigen. Aber deswegen, die Deko für Umme habe ich heute Abend natürlich gleich nach der Arbeit hier, gleich am PC reingesetzt, Video rausgemacht und für euch gleich heute Abend, damit ihr das noch abgreifen könnt. Und Dairy News mache ich natürlich im Anschluss und bringe es für morgen früh natürlich raus. Es gibt natürlich schöne, geile Sachen, aber das ist ab nächste Woche erst und das werde ich euch natürlich dann in Ruhe erklären. Aber natürlich, Deko für Umme ist natürlich immer Pflicht hier und das soll so schnell wie möglich rauskommen und greift es natürlich sofort ab. Hier QR-Code hier oben über mir, könnt ihr scannen oder den Link dazu unten in der Videobeschreibung rein. Und was gibt es Schönes? Hier, guckt euch das an. Ist das geil? Das gefällt mir sogar richtig gut. Die erste Winterdeko, hier so zwei Postsäcke mit Weihnachtskarten oder Briefe drin. Sehr schön, gefällt mir unheimlich gut. Wie gesagt, scannt den QR-Code oder unten in der Videobeschreibung ist der Link dafür und holt euch und greift euch das ab. Ich weiß natürlich nicht, aber ich denke mal bestimmt, es gibt auch wieder was fürs Buch, für Weihnachten und sowas, diese Seiten. Und dafür wird das wahrscheinlich irgendeine Deko sein, die wir dafür brauchen. So, ich bedanke mich auf jeden Fall wieder fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch eine schöne, gute Nacht, wer das heute Abend noch guckt. Ansonsten, ja, einen schönen guten Morgen und Samstag, heute Morgen wird natürlich noch das Anschlussvideo rauskommen. Und zwar die Dairy News, was es natürlich Neues im Dezember gibt und zu Weihnachten. Seid gespannt und freut euch drauf. Bis dahin, viel Glück da draußen. Tschüss, lieben wie immer. Euer Onkel Jens. Untertitelung des ZDF, 2020